Willkommen zurück zu Minimetro. Heute ist St. Petersburg die tägliche Herausforderung. Im letzten Part gab es übrigens keine, die ich vergessen habe und deswegen habe ich jetzt am selben Tag noch eine Folge auf mit einer Daily Challenge. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schöne Musik Richtig schön, die Grafik finde ich richtig schön, aber an nichts. Anfang kann man so einen kleinen Ring machen. Dann gibt es sogenannte Ringergänzungslinien. Dann bitte ich euch den selben Tunnel runterziehen. Schöne durch, ich messe eine Linie um den Ring. So, war mal der Ring. Diese Verbindung hier, die gibt es nicht mehr. Schade eigentlich. Musik ist so schön, ich will nicht reden. Ich habe viele Tunnel. Neue Linie. Kleine Verstärkerlinie. Hier ist der neue Ring. Sie vergrößert. Ne, wir machen es an. Hier wird noch von der Grünen. Das ist Qual. Verstärkerlinie hier hoch. So. Und dann fährt er hier rüber. Das ist hier das einzige was anders ist. Der wiegt hier ab und der wiegt da ab. So. Das kriege ich ein schön ideales Netz. Und hier unten fehlt jetzt noch irgendwas zu tun. Hier und da. So, grüner Ring. Die rote wird schon entlastet. Aber oh ne. Ich glaub die grüne braucht mehr entlastet. Die rote ist jetzt wieder eigenständig. Der fährt den, der fährt quasi, aber weit hat den Weg. So. Blau so kurz. Die kann nochmal hier über den Fluss verlängert werden. Und hier vorne gibt es auch noch diese Verstärkerlinie. Einfach drüben am Fluss. Auch nur vorab agieren. So. Das ist nämlich hier. Ich fahre ich jetzt hier auch. Eine Verstärkerlinie von der grünen. Zum Teil zumindest. So. Wir haben neue Tunnel geschaffen. Hier fahren jetzt die Linie eins. Drei. Vier. Tunnelmangel. So. Dann muss das vorübergehend so gerecht werden. Später wird dann da auch weg. Also die Orange ist so voll. Die kann nicht mehr als Verstärker fungieren. Fährt jetzt von da aus. Dort hin. Dann dort hin. So. Hm. Ich hab schon alle Linien. Das kann ich ja so machen. Lilan ist ja quasi immer noch eine Verstärkerlinie. Aber. Wird halt auch schon normal. Das ist die lilanen Ring. Ist ja auch nicht ein schlimmer. Dann wird der lilanen Ring fast verkürzt. Hm. Toll. Toll. So. 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 Ich hab. Ich hab. Ich krieg ja hier nur eine. Irgendwann zu Hongkong. Finde ich erst wieder um. Ist sie gerade noch so mit der Orangen hier? So. Überall. So. 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 Das Boot ist echt voll. Was machen wir da? Kann ich nicht auch noch? Also die hier braucht... Dieser hat hier kein Dreieck. Hätte ich auf dem final zum Weg zum Dreieck noch. Du überspringst diese. Halt mal, dann überspringst du ihn eben nicht. 2,7,3... Oh, hier fährt er. Auf hier ein Spezialsymbol. Eine Linie, wo zu viel drauf ist. Die Grüne muss sich jetzt mal einer entledigen. Später kriegt die Grüne wieder eine. Damit sie auch in beide Richtungen fahren kann. Aber... Na ja. Wir können langsam wieder einstecken. Ja, komm. Tunnel reicht erstmal noch. Also die Grüne... Die Grüne hatte sowieso nur einen Zug. Pss. Ja, der kriegt jetzt... Zug und... Die kriegt einen Waggon. Und der Anzug ist ganz gut dabei. Das ist die blaue Überlast. Hm... Das ist die blaue Überlast. Schmitte. Ich denke nicht, dass der hier immer halten wird. Er wird hier so gut wie immer halten. Aber... Ich glaube immer deswegen spende ich ihm jetzt auch mal einen besseren Linien weg. Ich möchte hier irgendwo noch Wasser holen. Dann... Dann... Das kann ich... Ach... Hier sind... Dreieck... So kommen... Ja... Der Querzug... Ja, der rote Zug kann halt... Wenn er den entlegen, kann ich nicht mal der rote nur einen Zug. Das bleibt sich so erstmal dauerhaft so... Weil es so voll ist. die lille einzug ich habe verloren Dreh ihn zu Ich muss jetzt vorüber gehen, weil er wieder einen stirbt, weil er war noch davon so wie die Linien, da kann man ja wegnehmen. So viele Passagiere, das hier nicht überlaufen zu lassen sei, um das hier nicht überlaufen zu lassen sei. Ja, 40 Tage. So, das war's mit der Folge und tschüss. Mit is würde ich sagen...